Verstecktes ist das Spiel mit Covid zu suchen und nach Wunschheiten erwarten. Das ist natürlich auch schon schwierig, dass der Hund sitzen bleibt. Das ist auch schon eine Übung für sich. Dass er sitzen bleibt. Jetzt noch einmal die Beute. Jetzt noch einmal zuhaken los. Das Mikrofon geht so. Genau. Jetzt natürlich große Kulissen. Wir haben sehr viel Ablankung. Und dann muss man suchen. Vielleicht noch einmal ein bisschen helfen. Er ist jetzt auch ein wenig abgelankt, das merkt man. Es ist sehr viel los da. Fros der Tino. Hat der Tino sonst ein wenig mitgekommen? Gehen helfen, je nachdem. Tut mir leid, dass wir immer Ausfälle haben. Aber die Batterie ist in Ordnung gewesen. Es ist nicht meine Stimme auf der Seite, sondern die Batterie. Okay. Neue Versuche. Neue Versuche. Der Mutli hat schon die Ablankung. Wirklich viel. Das kennt er jetzt gar nicht. Neue Versuche. Am Anfang. Bist du eigentlich nur die Gänze vom Mund. Bist du. Bist du. Okay. Schau, sie kommt von Deutschland, ist aus einer süddeutschen Zucht und hat bei uns bis jetzt zwei Würfe gehabt, die ist 5-jährig. Das ist eine ganz, ganz gute Mutter und macht den Skileiter. Gut, dann haben wir jetzt natürlich von Maschinen, die nur vier Stück. Das macht natürlich alle übrigens gern und gut, aber man hätte ja nicht alles mitnehmen können. Das wäre natürlich jetzt der seltenwarme Spreng. Jawohl, ok. Oh, okay, Tappi.